Lass die Hände oben! Leck hoch! Nicht knallen und boxen hinten hoch! Björn, Björn! Lass die Hände oben und boxen! Nicht diese Keilerei mitmachen! Genau! Schön langen Bocken! Man geht doch weg, löst sich! Linke schnell! Wie an der Hand! Wie an der Höhe! Drageberg! Nicht so lange gehören! Nicht wegschubsen! Von mir raus! Buh! 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 Ja, ja, der Rollende hatte drei Kemp für drei Kommen. Ja, man kann ja hier machen. Buh! 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 Den Bett und den Baks! Buh! Nicht schieben! Und weg, Mensch! Weg! Jetzt gleich die Rechte in der Mitte rennen! Oje! Weg! Weg! Was auf deinem Kopf, auf die doch nie so nahe da rennen, Mensch! Ja! Geh auf andere Seite! Wie ein Hof! Fehlbar, Mensch! Nicht die Rechte! Weg! 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 Hör mal auf die Leber! In den Link ist das Ding vorbei! Buh! Buh! Lass die Linke um! Buh! Stopp! Stopp! Nicht hauen! Hör mal auf der Situation! Was machst du denn, Björn? Ruhig! Bleib doch cool! Buh! Buh! Nicht hauen! Buh! 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 Ich darf ihn den Kämpfer in der blauen Ecke vorstellen. Buh! Buh!